So, wir gehen jetzt gerade ins Hotelzimmer. Hi Kenzie. Wir finden das Hotelzimmer noch nicht rechts, aber ich komme hier nie wieder raus. So, ich habe es gefunden. So, dreh dich mal kurz um und sag, wo du heute Abend hin gehst. Und wir gehen heute Abend zur Ostwind-Premiere, Ostwind Nummer 3. Alter Schwede. So, das Trick kennen Sie heute? So sieht es noch unangezogen aus. Oder die Schuhe. Hm, jetzt darfst du die Schuhe schauen. Mhm. 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 Okay, wir hatten alles über Spaß bei Bimba da war. Genau. Wir hatten alles über das. Ja, und Jackie Chan und Lucky Love.